Willkommen zu Ihrem Rechnungskopfportal. In unserem heutigen Videoblog zeigen wir Ihnen, wie sich Staubsauger auf Rechnung bestellen. Allererst sollte erwähnt werden, dass Sie nicht unnötig den neuen Staubsauger nach Hause schleppen müssen. Er wird nämlich bequem versendet, nicht selten sogar ohne Versandkosten. Zudem zahlen Sie erst nach Erhalt und Prüfung des neuen Staubsaugers den fälligen Betrag. Außerdem versendet der Onlineshop Ihre Bestellung unverzüglich, da der Shop auf keinen Zahlungseingang warten muss. Zudem zahlen Sie nur das, was Sie behalten. Sind Sie mit der Lieferung unzufrieden, können Sie den Staubsauger innerhalb des Widerrufrechts zurücksenden. Nicht außer Acht lassen sollte man das lange Zahlungsziel, um mit Dispo zu schonen. Einige Staubsauger-Shops bieten Zahlungsziele von bis zu vier Wochen. Leider kann man beim Onlineshopping den Staubsauger nicht in der Hand halten und testen. Außerdem gibt es sogar bei einer zügigen Lieferung Wartezeiten von eins bis zwei Tagen. Grundlegend überwiegen die Vorteile. Sie kaufen Ihren neuen Staubsauger ohne Risiko ein, da keine sensiblen Bankdaten übermittelt werden. Zudem gestaltet sich bei Nichtgefallen die Retourenabwicklung recht einfach. Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Onlineshopping in unseren Partnershops.